Imbissstand bedienen, Schichten für den Imbissstand einteilen. Nachts gibt's keine, das ist okay. Persönliche Uniform anpassen. Wir haben jetzt schon Essensqualität einstellen, mittlerer Aufwand, sonst wird das nix. Hörer Federmäuse oder irgendwas in der Art. Es ist schon wieder Vollmond, ich hab das Gefühl, es ist immer Vollmond. Gibt es sonst noch was anderes, was wir irgendwie einstellen können? Hier draußen hätte ich vielleicht mal eine Lampe einstellen können. Naja, die Leute liegen sowieso nicht nachts dran. Was haben wir hier? Feuer laufen, Temperatur einstellen. Heiß, glühend heiß, kühl. Nee, 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 soll schon heiß sein. Ja, ein paar mehr Lampen muss ich dann definitiv noch anbringen, damit die Leute hier nicht so die Dunkelheit haben. Aber dies passt schon, dies passt schon. Also jetzt schmeckt's hoffentlich, ne? Ich hab die Essensqualität hochgestellt, hier gibt's sogar Hummer. Mit wundervoller Qualität. Wer ist das? Duke Rodel. Und das hier ist Alfonso Alt. Oh, wir haben sogar Prominente bei uns. Hm, ja, das ist schöne Musik. Hm. Also das mit der Musik war auf jeden Fall schon mal ein Bringer. Die Leute hören ja gerne Musik, das ist gut. Aber der Vollmond stört mich grad so ein bisschen. Da kommt auch schon der erste Zombie-Gast. Toll, Zombie checkt auch, ein Zombie-Polizist checkt in meinem Resort ein. Oder auch nicht. Der Zombie-Polizist geht wieder aus meinem Resort raus. Ist ja auch gut zu wissen, ne? Halt. Ich wollte nicht nach unten, sondern nur das hier hochblenden, damit ich hiervon ein wunderschönes Bild für die Nachwelt festhalten kann. Ne? Sieht man ja auch nicht alle Tage. Oh nein, das war das Typische. Ich hab irgendwas kaputt gemacht. Geräusch. Und zwar wo? Wer hat wo was kaputt gemacht? Haben wir die Toiletten zerkackt? Ne. Irgendwas ist kaputt gegangen. Das nicht. Ih, selbst die Dinger hier sind dreckig. Hm, der Zombie ist da drüben jetzt erstmal ein Snack. Aber irgendwas ist kaputt gegangen. Ich hab's genau gehört. Die Oma irgendwas kaputt gemacht? In den Kühlschrank oder so? Ne. Wir werden es bestimmt noch herausfinden, was kaputt ist. Die Mülltonnen sind alle zerstört worden. Nein. Hm. Okay. Gehen wir mal zurück zu Austin. Der muss bald in die Haie. Ja, morgen ist, glaube ich, wieder Arbeitsplatz. Ja, Arbeitstag. Ja, morgen um 10 Uhr muss er wieder bei der Arbeit sein und muss er wieder schuften. Ach, er guckt Fernsehen auf seinem extrem coolen Sessel, Skateboard, Surfboard-ähnlichen Dingsgedöns. Nachrichten. Schneefall? Wo? Ach, gut, dass wir hier nie Winter haben. Du kannst mal aufräumen, Junge. Und dann kannst du schlafen gehen, Mister. Ich höre Fledermäuse, definitiv. Ich sollte vielleicht mal meine Tür abschließen, ehe Zombies in einem Schnellboot in mein Haus kommen. Kennt man ja, Zombies, Schnellboote. Das gehört einfach zusammen. Und dann lassen wir mal einfach hier schnell den Vollmond an uns vorbeigehen. Ignore also Untoten in all's Weerwulfs. Was möchte er? Drei Sterne Resort besitzen. Die Gäste verlangen Qualität und du willst sie nicht enttäuschen. Die Sims möchten einen Drei Sterne Resort besitzen. Dein Sim möchte einen Drei Sterne Resort besitzen. Dann werden wir uns das dort... Oh, ich wollte das gerade Resortkomplex aufwerten eines Tages. Ein Objekt kaufen, Anlege, Poller. Hallo, ich bin's. Der Anlege, Poller. Nee. Was ist das? Resort-Buffet für deinen... Kaufen, das besitzen wir schon. Brauchen wir nicht noch eins. Eins reicht. Dankeschön. Was ist das da? Und darum leuchtet das so? Das Spiel ist schon manchmal faszinierend. Gartenset, Plans vs. Zombies. Verlink mal bitte. Ah, sie unterhalten sich. Sehr schön. Gruselstunde vorbei. Hi, die Sonne geht wieder auf. Da drüben ist ein Geist. Ein Geist. Bist du da gerade ertrunken? Aber ich kann nicht den ganzen Tag lang Bademeister spielen. Wer ist das? Kara geht nach Hause. Okay, tschüss Kara. Scheint übrigens in dem Spiel ein vermehrtes Problem zu sein. Zu viele Geister, weil die Sims alle sterben. Was ist hier los? Vier Fahrzeuge wurden gelöscht. Ein paar nicht shootbare Sims wurden zurückgesetzt. Alles beim Alten, wie immer. Oh, er ist ja früh wach hier. Aber der frühe Vogel fängt den kleinen Wurm. So, dann kannst du mal Reste essen machen. Dein Tenpajaki. Und wir schalten mal Musik ein. Nein, 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 nein. Inselleben. Ganz ehrlich, ich mag die Party-Mucke lieber. Äh, nein. Umschalten auf... Strandparty. Bam, bam, bam. Ich kann's langsam mitsingen, ist schlimm. Gibt's übrigens... Ähm, wenn ihr mal Sims 3 und Boom Boom sucht. Also mit nur einem O geschrieben. Boom Boom. Ähm, dann findet ihr auf YouTube diesen Song. Ich liebe die Sims-Version. Ich liebe die Sims-Version. So, was machen wir dann heute? Heute retten wir wieder Leben. Und zwar in vier Stunden. Bis dahin könnte er mal pupen, kacken, Zähne putzen, alles auf einmal. Wenn's geht, äh, bei den richtigen Körperöffnungen, in der richtigen Reihenfolge. Und danach, äh, ein paar Klimmzüge machen. Schweißfrei natürlich. Ne, wir haben ja erst geduscht. Und wir haben immer noch Vollmond. Das stimmt irgendwie nicht. Schaltet sich das auch mal irgendwann um? Mondzyklus ist stark. Hochgefahren. Eigentlich nur alle 10. Hm. Merkwürdig. Tukan, Tukan, ich bin eine Möwe. Was ist los? Oh, dann, dann mach's sauber. Dann mach's sauber. Oh, steht da. Denkt sich, äh, äh. Ich hab alles vollgestuhlt und dann geduscht. Äh. Na, warten Sie. Warten Sie sich mal sauber. Ich hab alles angekackt hier drin. Das geht ja nicht. Ich hab alles angekackt, ne? Aber da das ja Gott sei Dank eine One-and-Only-Dusche ist, spüle ich jetzt einfach die Wände ab. Na, ist kein Problem. Super. Gucken die kleinen Blubarbläschen raus. Übrigens, wenn ihr euch fragt, wie man das benutzt, wenn da gleichzeitig eine Toilette drin ist. Ähm. Da wohl oben irgendwo... Da ist der Duschkopf. Den kann man wohl irgendwie auch benutzen dafür, dass man dann halt... Da ist der Ablauf und da kann man... Naja, also ich weiß auch nicht genau, wie das funktioniert, aber... Sowas gibt es tatsächlich in echt. Ja, da wird jetzt Sport betrieben. Na los. Ja, ja. Kräftig, Mister. Kräftig. Halt, 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 halt. Schweißfrei. Dankeschön. Sonst stinkt er nachher wieder. Osten, du musst schlecht geschlafen wegen billigem Bett. Ja, sorry. Da musst du schon dein Resort einchecken. Pool-Wasserfall für dein Resort kaufen. Wir haben nicht mal einen Pool, Bitch. Osten ist athletisch. Was bedeutet, dass man mit dem richtigen Einstellung und viel Training schneller ans Ziel kommt als andere Sims? Dein Resort, die magische Miefmuffel, hat 335 Simoleons gebracht. Oh, 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 wir fahren Profit. Oh ja, wir könnten mal ins Resort-Management gehen. Habe ich jetzt noch gar nicht geguckt. Resort-Management. Preise fürs Resort einstellen. Ja, schwinglich, ist klar. Uniform zuweisen, Standard-Hotel-Uniform. Resort verbessern. Da können wir dann in Baumodus Reinigungspersonal verwalten. Wir haben niedrige Qualität. Wenn wir so viel Profit machen, dann können wir ja eine Hotelkraft... Nehmen wir hier mal 0. Kann ich mal... Also, kann ich erstmal nur einstellen. Okay, muss ich erstmal überhaupt eine Reinigungskraft einstellen. Resort-Finanzen ansehen. Einnahmen sind mehr als unsere Ausgaben. Das ist schon mal gut. Verpflegungsmitarbeiter, Rezeption, Imbissstand. Das kostet natürlich alles einzeln Geld. Das kann man sich genau angucken. Resort-Finanzen. Resort-Bewertungen. Lesen wir doch mal Bewertungen. Wenn du auf der Suche nach Sondersurfen spaß bist, dann ist dies der perfekte Urlaubsort für dich. Ja, ich finde mein Resort wunderhübsch. Die Qualität der Speisen am Buffet sprach in etwa meinen Erwartungen. Durchschnitt. Ich habe viel mehr für mein Geld bekommen, als ich erwartet habe. Tolles Resort. Ich habe wirklich Lust auf dem Zoom in diesem Resort. Oh, das ist schön. Niemand hatte Spaß gehabt. Keine Feuergrube hatte. Das tut mir leid. Wie wäre es für eine Bar in eurem Resort? Ja, das kann man uns doch nicht leisten. Ich kann diesem Resort keine 5 Sterne geben, solange ein Whirlpool fehlt. Ja, dann liest doch das nächste Mal im Projekte bitte genauer die Beschreibung. Da steht, wir besitzen keinen Whirlpool. Geh woanders. Kacken. Pissen. Was auch immer man Leuten im Whirlpool so teilweise treibt. So, nächste Athletikstufe. Na, komm schon. Yay. Aber kann er noch ein bisschen weitermachen. Da wir ja sowieso immer erst später mitgeteilt kriegen, welchen Job wir angehen. Kann er ja auch noch ein bisschen länger hier an der Klimmstange hängen. So, jetzt aber aussteigen. So, und da hingehen. So, Glückwunsch. Außen hat die Fähigkeit Athletik so im Level 3 erreicht. Äh, Austen kann nun so lange trainieren, dass er stetig Fortschritte macht und sich energiegeladen fühlt. Hach, es gibt doch nichts Befriedigenderes als ein wenig Sport. Mit der Option richtiges Tempo wird Austen seine Fitnessziele bestimmt erreichen. Hula, ich to bladimas. Ausschalten. Dankeschön. So, äh, gleich erfahren wir, was wir für einen Job heute haben. Und unsere Energie ist jetzt schon nicht mehr ganz zu 100% voll. Oh, ich hätte ihn vielleicht länger schlafen lassen sollen. Im Ozean spielen. Er wird nicht im Ozean gespielt. Das ist auch gut so, dass das Spiel sagt, du darfst nicht. So, Arbeit, 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 Arbeit ausführen. Los geht's. Arbeit, Arbeit. Schicke Arbeitsklamotten übrigens. Sieht einfach heiß aus in seinem Höschen. Oh nein, sieh schon wieder. Das kann nicht wahr sein. Können sie da nicht ihr Hausboot direkt an ihren Arbeitsstrand verlegen? Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist eine Idee. Das ist eine Idee. Moment, ist ja schon gegenüber. Na, nee, mach ich nicht. Na, toll. So, dann geh ich mich mal um den Strand kümmern hier, ne? Übrigens ist sehr hässlich der Strand. Muss ich mal nebenbei erwähnt haben, ne? Die liegen sind nicht schön. Nee, sind gar nicht gut. Aber ich guck mal, ob hier irgendjemand Mund zu Mund beatmet werden muss, ne? Und so gerade im Moment ist keine Sauensicht. Waren wir in diesem Strand hier schon? Ich glaub nicht. Aber der Strand ist wirklich nicht sehr schön. Könnten wir mal bei Arbeiten gehen. Weil man ja schließlich völlig kostenlos die normalen Baugrundstücke alle umändern kann. Der könnte mal so ein bisschen mehr... Ja, kam... Wo kommt der denn auf einmal her? Hallo, plötzlich alter Mann? Wie der sich beamen kann? Ist es... Ist es Scotty? Nee, es ist Andrei Varadi, der sich jetzt hier rumlegt. Ja, ja. Ich warte nur darauf, dass ich wieder eine Mund-zu-Mund-Beatmung kriege. Ich mag es, junge Männer zu knutzen. Oh, da war gerade ein Boot. Ach, der kam mit seinem Boot hier an. Achso, das hab ich gar nicht gesehen. Oh nein, der Opa geht ins Wasser. Oh nein, kann da nicht mal eine schöne Frau ins Wasser gehen? Muss es immer so ein Knacker sein? Eine sehr merkwürdige Art und Weise, sich auf das Wasser vorzubereiten. So, dann können wir ja mal hier gucken. Keiner in Seenot, gut. Ich halte ebenfalls Ausschau. Ich werde dir der Opa gleich. Gleich. Ich kenn das doch. Ich kenn das doch. Nee, doch nicht. Er geht wieder raus. Oh, Gott sei Dank. Oh, wer kommt denn da angesegelt? Oh, das ist eine Schnitte. Eine Schnitte. Bleib hier stehen. Komm hier zum Strand. Komm, Schnitte. Komm, Schnitte. Hierher. 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 Mädchen. 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 Hallo, Mädchen. Ey, Mädchen. Warten Sie. Warten Sie. Kommen Sie. Kommen Sie. Können Sie schwimmen. Warten Sie. Warten Sie. Komm. Hier können Sie schwimmen. Mädchen. Oh, da geht auch eine Dame ins Wasser. Vielleicht haben wir ja Glück und sie kann nicht schwimmen. Oh. Ja, wen haben wir denn hier? Das wäre doch mal was für Austin, hä? Austin braucht dringend eine Freundin. Wo ich mir vorstellen kann, dass Austin so jemand ist, der einfach alles aufreißt und dann liegen lässt. Weil er keine Lust mehr hat, damit zu spielen. So, wer geht... Natürlich geht zuerst der Opa in Seenot. Vielleicht sie ja auch gleich. Nee, alles okay. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, fast wurde der Opa noch gerammt. Ja, dann kümmere dich doch mal um den Opa. Ja, los. Pronto. Ja, wans, wans, wans. Ich muss erst testen, die Temperatur vom Wasser ist... Nee, ist sehr kalt. Oh, wans, wans. Das ist mir zu kalt. Da muss ich erst reinwarten. Vorsichtig. Stück für Stück. Ja, der Typ hinter mir, der bringt sich sehr komische Beine. Das ist Olin Ojeda. Ojeda. Oh nein, sie geht aus dem Wasser raus. Hilfe. Manu. Ich ertrinke hier. Hey. Hey. Oh. Ja, nehmen Sie meinen Mojo. Nehmen Sie meinen... Oh, verdammt. Das hat uns fast getötet. Hier, nehmen Sie meinen Mojo und schwimmen Sie mir nach. Schwimmen Sie mir nach. Mein Mojo, kommen Sie. Schwimmen Sie mir nach. Das hat uns fast getötet. Das hat uns fast getötet.